ach du großer gott ist noch los also wenn wir da fallen müssen du kannst hier weitermachen mit an total so jetzt brauchen wir irgendwie brauchen wir wahrscheinlich doch die wand von unten du hättest die wand mitnehmen müssen jetzt ja kann ich die von hier holen ja so jetzt haben wir aber die von links und von rechts das ist von links der nun gut so ist das da fliege bis gegen die wand unter können wir nicht da unten das bringt nichts also da habe ich da können wir jetzt als nächstes was hin machen stimmt wenn ich jetzt da den roten hinsetze dann fliegen wir durch die strahlen und du musst noch eine wand setzen weil die uns stören werden die ganzen viecher wo kannst du deine wand gleich platzieren ich glaube da nicht so wenn ich will lasst uns jetzt fallen und dann kann sein dass da noch einer ist wo du dein portal hinsetzen musst gleich kannst du ein bisschen zurückfliegen ne ne nach oben guckst nach oben guckst und so ne ok dann werden wir jetzt zerstört ich habe keine wand gesehen ja es kommt ein später die wand ich wünschte ich hätte den test geschaffen ach guck mal halber weg halber weg gut dann nehm ich nehm ich die wand äh quatsch möchte ich die ich nehm die wand mal mit so genau jetzt muss ich mal gucken oh hier links sind schon mal die viecher weg weil wir den abschnitt geschafft haben von hier aus ja deshalb sind die spikes wahrscheinlich damit das nicht geht ich war ja neben den zwei ich bin ja erschossen worden ich war zuerst vielleicht kann ich die wand sehen also wo ich die wand platzieren darf aber irgendwo unter mir die kommt da hinter der säule unter dieser säule muss ich gleich die wand setzen ich hab ne an na ich würde was anderes jetzt mal testen wollen weil ich da kann ich auch schon hinschießen so ok dass wir hier einfach nur runterfallen müssen und dann ist die sache erledigt ja aber ne guck mal hast wie gesagt das scheint mir bei dir irgendwie da logischer zu sein soll ich mal kommen oder wer nicht ja ja doch wir müssen jetzt darüber wahrscheinlich und drüben kann ich nichts platzieren du musst jetzt meinen roten ersetzen wir müssen dann gleich ein bisschen nach hinten fallen so schnell kann ich gar nicht schießen ja das dachte ich muss doch vorher schon irgendwo was sein das eine noch mal aus hier unten auf der plattform gleich ok das geht nicht da bin ich an den spikes aber kaputt gegangen also man kann da gar nicht runter fallen also das ist nicht gewollt ich sehe dass ich da noch eine wand platzieren kann nachher dahinter ja das bringt uns nicht also wir müssen schon erstmal darüber ja was ist die frage wie wir das von hier kann ich auch kein keine wand schießen da bringen wenn ich jetzt hier lang komme kann ich schon vorher irgendwas machen kann ich schon vorher irgendwas machen ok sonst nötig das ist das ist ein klein bisschen knackiger das ist wahrscheinlich zu offensichtlich deswegen machen wir da uns probleme auch möglich wir müssen bestimmt gar nicht bis zum ende sondern auf halben wege ja aber wir haben nichts auf der höhe wo wir da die richtung ändern können Moment mal guck mal da jetzt kommen sie nicht mehr weiter sehr gut dann reicht doch das heißt jetzt kommt da das ding ja aber fliegen ganz schön weit ne da die wand 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 ok das war ja ich war ein bisschen zu hm kannst du dich jetzt da hinstellen damit wir ein bisschen Zeit haben Moment ja ich vers- ja ich komm grad nicht da hin Moment oh ne die sind weg ok dann haben heißt dann mal den Punkt erledigt ok dann die Idee hatte ich jetzt gar nicht gedacht supi gesehen yeah wir haben eine Diskette äh CD ich hab sie mhm A Plakat plus B Quadrat ist gleich Y A Plakat plus B Quadrat ist gleich T0 T gleich T0 durch ja passt mhm ja ja haben wir hab ich die erledigt geschafft das System hat wieder Strom oh nein wir fliegen gleich in die Luft ich bin voll verbunden ja ich will nicht ich auch nicht ich kann alles sehen weg hier und es ist nichts passiert sehr schön oh Glückwunsch zum Abschluss der Standard-Team-Test-Strecken von Aperture Science zu diesem Anlass habe ich eine Überraschung für euch eine Sonderbonusstrecke an deren Ende wir Menschen finden und befreien dank euch weiß ich wo sie sind ich habe schon alle Sicherheitsmerkmale deaktiviert und so den äh Notausgang aktiviert alles was ihr zu tun habt ist die Menschen zu befreien sie danken euch sicher mit einer Party ich glaube hier kein einziges Wort nee ich auch überhaupt nicht ein paar Mal passen nicht und eine auch das auch ich